Na, wer hätte gedacht, dass auf diesem Kanal hier nochmal ein Video kommt, dem guten alten Kanal Analog Undead. Und damit hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, beziehungsweise einer Nachbesprechung. Na, wer kann sich alles von euch noch an die Operation Halloween, also an die Operation Halloween hier erinnern, noch auf dem Kanal Flanel Kameras und Film. Falls jetzt jemand nicht weiß, von was ich rede, das ist die Operation. Und zwar kenne ich mich ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wer das weiß, mit alten Alogen Kameras aus. Und dieses Wissen habe ich genutzt, um sehr, sehr authentische Geisterbilder zu fälschen. Die seht ihr hier in den Links und die Links werde ich auch nochmal unten reinpacken. Damals hatte ich gebeten, diese Bilder ein wenig zu verbreiten in so Geisterforen und so weiter. Und das haben nicht wirklich viele Leute gemacht zu haben, ich und Mampfi, also wir beide haben uns darum gekümmert. Und hatten damit auch bis jetzt zumindest keine sehr großen Erfolge zu verzeichnen. In so ein paar kleinen YouTube-Videos kamen die vor, in so ein paar Geisterforen sind die gepostet worden und so weiter. Die haben sich nicht wirklich weit verbreitet. Wir haben wahrscheinlich auch den Fehler gemacht und haben das alles nur im deutschsprachigen Raum kopiert und gepostet. Das hätten wir wahrscheinlich auch im englischen Sprachraum machen sollen. Aber jetzt, ein Jahr später, und zwar ist das hier, hier steht es, genau, vom letzten Jahr kurz vor Halloween und jetzt ist dieses Jahr kurz vor Halloween. Also ein Jahr hat es gedauert und diese Bilder haben dann doch noch ihren Weg in die große Veröffentlichung gefunden. Und zwar wird das wahrscheinlich sein, und zwar sind die Bilder wahrscheinlich, ich kann es nicht versprechen und ich weiß noch nicht in welchem Umfang, und zwar morgen auf RTL zu sehen und zwar in einer Sendung, die um 9.30 Uhr anfängt und so in etwa eine Stunde dauert. Da wird das, da wird, ich weiß nicht, ob Bilder oder ein Bild zu sehen sein wird, das weiß ich nicht ganz genau. Aber ich würde euch auf jeden Fall bitten oder falls ihr halt daran Interesse habt, würde ich euch halt sagen, dass ihr euch halt diese Sendung ansehen könnt. Übrigens, wenn jemand weiß, wie man so Sendungen aufzeichnet aus dem Fernseher heraus, ohne dass man eine TV-Card hat, wäre ich um Hinweise ziemlich dankbar. Und noch dankbar wäre ich natürlich, wenn das jemand in einer guten Qualität aufzeichnen könnte. Und dann war es das auch schon und dann würde ich sagen, bis dann! Und dann würde ich sagen, bis dann!